Sieh, mein Mann, der denkt manchmal dermaßen kompliziert, gell? Nein, ich sage, du mach mir doch mal schnell die Gardinerstange rauf, gell? Dann ist er erst einmal zum Baumarkt gefahren und hat Werkzeug gekauft für 200 Euro. Ein Wandscanner, nicht, dass er beim Bohrer noch einen Schlag kriegt. Hab ich gesagt, du, Entschuldigung, aber einen Schlag hast du schon lange. Ja, weil es wahr ist. Er ist ja beruflich in der Stadt, wissen Sie? Und dann hab ich gesagt, du, dann komm ich heute später noch. Ja, wie ich das machen will, wo er doch das Auto hat? Hab ich gesagt, ja, das ist doch kein Problem, ich fahr da mit dem AVV. Dann hätte er fast eine Doktor Arbeit draus gemacht, gell? Weil er kennt sich ja aus. Hat er gesagt, du weißt schon, da brauchst du erst einmal ein Ticket für die Regionalbahn, dann eins für die Straßenbahn und dann nochmal ein Extraticket für den Stadtbus. Hab ich gesagt, ja, so ein Schmarrer, für alle Verkehrsmittel im AVV, da brauch ich genau ein Ticket. Und wo ich das kauf, das ist völlig wurscht. Ja, hat er gesagt, das trifft sich ja jetzt gut. Wenn das so einfach ist, dann fährt er mit mir heute Abend zusammen mit dem AVV heim. Sag ich, Moment einmal, und das Auto? Ja, hat er gesagt, das sei jetzt ein bisschen kompliziert, weil er weiß eigentlich gar nicht mehr, wo er es geparkt hat. Ha, mei, dieser Mann. Einfach alles über den AVV erfahren Sie persönlich oder telefonisch im AVV-Kundencenter auf der AVV-Homepage und in unserer App AVV-Mobil. AVV, unser Ticket verbindet. Vindet.